Minecraft-Party-Bus-Show? What's that? Wey! Wunderschönen guten Tag zu Minecraft! Party-Bus-Show! Party-Bus-Show, jawolle! So, wir sind in der Lahn, da sitzt das Kind ohne Namen, da sitzt der doofe Depp. Weißte? Und wir haben uns vorgenommen, also wir saufen ja heute erstmal so generell im Moment noch V+, ne? So, Prost, hallo, Prost, ne? Tschüss und so. Oh, sorry. Oh, lecker warm. Boah, geil! Aber, weil wir ja, ähm, jetzt, ne? Haben wir gesagt, wir saufen uns heute, machen wir bei jeder Aufnahme, der neuen Aufnahme, einen Klopfer. Also, Leute. Ah! Hallo. Ah! Ich sterb grad! Scheiße, warte. Was müsst ihr denn? Komm, Kit, wir haben keine Zeit. Zeit ist Geld. Tag ist kurz. Bleibt einfach stehen. Ja, ich muss mal eben wegrennen, so. Können wir? Boah, ich, ich kotze jetzt schon, ey. Ja? Ja. Ticke, zacke, zicke, zacke. Halt's Maul, Junge! Junge. Oi, oi, oi. Tschüss. 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 Ahaha. Ja, ist das, soll ich ja nicht. Ja, das ist dunkel. Ha! Ja, toll, wo ist das Haus? Ja, hier, an mir hinterher. Oh, ich muss mir noch eine Toilette hier craften. Ich muss immer reinkotzen. Ich muss Play drücken. Fuck, Alter. Habt ihr schon wieder nicht? Nein. Ja, drauf. Alles nicht drauf. Deine Musik. Nein, ich hab nicht... Nein, die Stoppuhr. Achso. Damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. Komm, Schatz. Ja, wo denn? Unser Haus. Oh, guck mal, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ja. Schatz, mach dir mal alles kaputt. Alter, wie dunkel. Äh, wie dunkel, Junge. Dunkel, Junge. Äh, dunkel, Junge. Äh, schlafen. Dunkel. Seid ihr da? Können wir hier pennen? Wo? Im Bett. Im Bett. Hab ich überhaupt eins? Ja. Ja, habt ihr letztes Mal auch in den letzten Aufnahmen... Achso. Ja, können wir. Ja, ich... Das ist gut, ich lieg schon lange im Bett. Boah, ey. Ich muss mal nachspülen. Drecksuch. Wieso hab ich hier eigentlich zwei Klopfer steht? Ist der eine von Bo, oder was? Ja. So, dann werd ich jetzt mal eben die Brücke weiterbauen, denn das war ja das, was wir zuletzt gemacht haben. Ey, du wolltest immer noch vorbeikommen. Ja, ne, ich mach euch jetzt erstmal die Brücke. Ja, ich hab dir, ich hab, ich hab Tamara heute erstmal einen Link geschickt zu, äh... Hab ich schon gehört. Chill for Skill. Wer das nicht kennt, dann ist es einfach nur eine Internetseite, wo man dann gucken kann, was man sich so craftet. Ach ja, und, ähm... So die Basics. Marius hat gesagt, wir müssen das gar nicht kaufen, also den Account. Aber du kannst doch irgendwie cracken. Hat er auch nicht. Deswegen hatten wir nämlich... Ja, aber wenn du den gecracken hast, dann kannst du doch deinen Namen nicht ändern, so ne Scheiße, oder was war das? Keine Ahnung. Ja, dann ist es auch kacke, wenn der da Billy Boy 200 heißt, oder so. Oder warum nicht? So, ich muss mal eben... Ich... Du bleibst, du bleibst da in der Nähe ungefähr, ne? Dann geh ich mal eben zu Schimo. Ja, du bleibst in der Nähe vom Haus, ne? Was liegst du denn hier? Ich bin noch lange nicht fertig hier. Du musst hier was geben. Warte, die Fackeln. Ja. Entschuldigung. Oh, da werdet ihr heute öfter hören. Boah, ich bin so gut! Boah, guckt euch das an, Leute. Das hat genau gepasst. Boah, ich bin so... Wo bist du denn? What? Wo bist denn du? Ich hab jetzt einen Weg zum Schloss gemacht. Und nur damit ich sicher gehen kann, hat mich nichts verfolgt. Werde ich jetzt zwei Steine wieder wegkloppen. Ich hab hier... Boah, ist das ein Pfosten, ey. Ah, da bist du. Zuhu. Boah, das ist so doof, der Junge, ne? Wir sind auf der Brücke. Ich hab zwei Steine weggekloppt, damit keine Monstern zu folgen. Er kommt angerannt, hüpft einmal kurz und kurz weg. Ähm, wo ist das denn, wo ihr seid? Bei meinem Haus. Ich find das nicht. Ja, du kannst dich auch porten. Du drückst T? Ja. Dann Schrägstrich? Ja. Äh, TP? Ne, TB. Ne, TP. Wie, P, wie Pole. TP? Ja. Das ist so scheiße. Gibt's meinen Nicknamen ein? Bratwurst, BTS? Aneinander? Ja. Ne, erst ihr Name. Nein, erst mein Name. Ne, erst dein Name. Aneinander oder erst Lettaste? Nach TP. Lettaste. Und dann, wie werd ich denn geschrieben? Großes S? Kleines U. Großes Z. Ja. Doppeln I. L, E, N. L, E, N? So viel Lehn, oder was? I, N. Großes L? Alles klein, heißt. Ne, großes L. Ey, kann ich nicht wie die Musik ausschalten? Die macht mich voll kirre hier. Ja, gehen wir auf Option. Sieht's voll laut. But, ähm. Nächstes L. Und dann? Kollege. Was? Oh, ich hab mein ganzes Eisen jetzt verballert. Großes W. T. Mein ganzes Eisen. Ey. Hä? WTF groß. Ich hör nichts mit der Musik. Mach die Musik doch leiser. Mach die Musik ganz aus. Ja, und dann? WTF. Ah, WFT. WTF. Ja, genau. Verwacht. Ganze. Mann, Mann. Wie krieg ich die Musik? Ey, Hilfe. Sterbe. Viel besser. Okidoki. Indie. Ein Indie-Stirn. Oh. So, Leute. Ich bin einigermaßen gewappnet. Ich muss dir noch irgendwas geben. Was musst du mir denn geben? Ah, fuck. Den König gebrochen. Wo bist du überhaupt die ganze Zeit? Ich bin noch runtergefallen. Ich bin hier an meinem Haus, du Depp. Ich geh jetzt in dein Haus. Mir ist gerade ein Vogel entgegen geflogen. Und wo ist Timos Haus? Ach, die Treppen da. Hier. Willst du hier? Ja. Willst du da noch sowas hier haben? Nee, ich hab ein Dia-Schwert. Ja, zieh dir die mal rein. Wieso hast du eigentlich so viele? Rückstoß und Fokus. Nee. Kannst du aber behalten, wenn du willst. Ja, ungefähr. Ich hab noch ein Stack. Das ist eins wieder auf Köln. Ja, hab ich auch gesehen. Ich hab noch ein Stack. Fakkeln auch noch dabei. Äh. Wieso habt ihr so viele Sachen? Ja, gib ihr da auch mal was. Wo ist die jetzt überhaupt? Ich hab ein Rack. Du brauchst ein Schwert. Was soll ich ihr geben? Diamant. So eine Axt oder so? Ich hab noch gar nichts. Nee, hier. Nee, ein Schwert brauchst du. Vor allen Dingen eine Rüstung braucht die. Mach der mal eine Rüstung. Ja, super. Aber eine schöne, ne? Ich weiß gleich, warum du so eine Lila da hast. Ja, die ist verzaubert. War schön. Ich hab jetzt nix hier und keiner ist mehr im Dorf. Und ich hab die Cordis nicht aufgeschrieben. Ja, du bist auch doof, ne? Der ist echt Paddel, der Junge. Nee, wir müssen andersrum, Schatz. Geil Dreckgold gefunden, ey. Ja, sollen wir da reingehen? Yo, Alter. Das ist ja auch eine kleine Falle hier. Wo bist denn du schon? Wo bist du, Timo? Ich bin an dem Schloss. Okay, ja, warte. Ich komm. Der rennt mal einfach vor, sagt nix. Ja, du hast die letzte Buur ganz alleine gemacht, Arschloch. Darum hab ich auch das Verzauberte. Ja, eben. Aha. Da ist grad jemand runtergefallen. Ich bin gesprungen. Aber kann man nicht so weit springen? Doch, du kannst aber, du musst ja schneller rennen dafür. Oh, toll. Du musst zweimal nach vorne drücken. Ja, hab ich vergessen. Au! Ich hab's auch runtergefallen. Ja, bei ner Burg. Ich schwimm nun mal zurück. Wow, scheiße, Alter. Ey, sag mal, was ist das denn für ein Beschiss? Ah, ich hab jedenfalls... Ich sterbe, Junge. Das ist ne Falle gewesen. Ich bin tot. Wie? Mach doch mal das Ding kaputt hier. Ja, ich musste zurücklaufen. Mann, warum geht das nicht kaputt? Ich hab keine Axt dabei. Ich komm irgendwie etwas hin. Boah, scheiße, ey. Ja, toll. Fick dich, ey, du Hurensohn. Boah, nee. Du brauchst ne Axt oder Spitzhacke? Alles kaputt, ey. Mann, nee. Was ist denn passiert? Ja, da ist ne Falle gewesen. Und ich hab keine Axt gehabt. Und alles voll Wasser. Und dann, ja, dann bist du tot. Ey, nicht von meinem Gesicht, ey. Ich muss gleich da hochkommen, weil meine ganzen Sachen, meine Boomerangs, alles ist da jetzt drin. Ich muss erst mal gucken. Erst mal abchecken. Scheiße, ey. Jetzt muss ich ja wieder hin. Weee. Jetzt bam, fällt sie wieder runter. Ich hör ein Zombie oder so. Ich hab nix, wo ich mich wehren kann. Gar nix hab ich, ey. Ich mach erst mal die Spawner alle kaputt, wenn er nicht übel. Wo sind die denn? Ja, muss ich dir jetzt auch noch erklären, oder was? Das Monster. Scheiße, ey. Wie komm ich denn jetzt bitte dahin? Ich bin direkt hinter dir. Was hält ihr denn? Ja, toll, ey. Ich hör die ganze Zeit. Mein Gott. Jetzt geh doch dahin, du blöder Pimmel. Boah, echt, ey. Kann ich hier noch was kaputt machen? Ja, mach mal was. Ich komm schon wieder hier nicht raus. Boah, Gott sei Dank. Boah, war das knapp, ey. Ja, Schatz, du bist grad ein bisschen ungünstig da oben. Ich geh da nicht mehr hoch, ey. Wo sind denn hier die ganze Zeit diese Zombies? Ich hör die ganze Zeit was. Leck mich am Arsch. Ist das ne Scheiße, ey. Na? Vor allem, hab ich die Dias mitgenommen? Was ist das denn wieder für ne Kacke? Wieso ist das denn so? Mein Gott, ey. Was ist denn mit dir kaputt? Ich werd abgeschossen. Ich kann da nicht hoch. Andere Treppe mal versuchen. Ja, da ist Wasser oben, ne? Ja. Ich dachte, du lässt ne Lücke, damit dich niemand angreift. Hab ich meinen Eimer dabei? Ja, das weiß ich doch nicht. Oh mein Gott, die machen mir voll Angst. Wirklich viel, geh mit dir aber irgendwie nicht, ne? Ich geh hier wieder weg. Hm. Wie krieg ich das Wasser denn oben da raus? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich hab das ja gemacht. Das war ja eine Falle, wie gesagt. Irgendwie. Ist ja nicht so spektakulär, was ich hier gefunden hab. Ja, das hab ich mir aber besser vorgestellt. Ey, da war ja gar nichts hier in dem Puff. Das war halt schon. Ach, hier guck mal. Hier sind ein paar Skelette. Ja, okay. Hier ist ein Spawner. Ich hab meine Rüssi gar nicht angelegt. So, erste hab ich kaputt. Rechts konntest du auch noch reingehen. Na gut, das hier nehm ich mir wohl eben mit. Das ist auch... Boah, überall fallen, ey. Ja, genau, hallo. Mann, ihr hurrende Söhne. Einmal hier rumrennen, gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, oh, Mann, ey. Boah, Timo sagt ja auch nie, wo der ist. Ja. Hinterm Mond gleich links, oder was? Was soll ich dir denn da sagen? Ich bin eben so in so einen scheiß Bossraum gefallen. Da waren halt die Skelette, die mich kaputtgefixt haben. Und so ein scheiß Boss. Gibt es auch Kühe? Im Schloss? Nee, hier so. Ja, sicher. Dann hab ich welche. Boah, jetzt muss ich erst wieder da hinschweißen. Konnte man da hoch? Wahrscheinlich konnte man da auch so hoch, ne? Äh, warum sind denn jetzt über Tag auch die Monster hier? Weil die Spawner sind. Ja. Hä? Ja, diese komischen Kisten, diese Käfige. Da spawnen die Monster raus. Ach du Scheiße. Bist du jetzt in dem Bossraum, oder was? Nee, noch nicht. Also, ich bin da in deiner Nähe, ja. Ich bin an meinem Haus. Cool, ich hab nur Kuh. Und es wird dunkel übrigens. Oh nein. Wieso ist denn das Essen schon wieder nicht im Inventar, ey? Sag mal, bist du eigentlich total behindert, du bekackter Wichser? Ich hab doch hier was dabei. Was hast du dabei? Ich hab selber dabei, aber das war nicht im Inventar. Obwohl ich das vorhin im Inventar getan hab. Hab ich Dreck dabei? Hab ich natürlich nicht. Warum hab ich eigentlich den Gummer? Mal renn doch. Ehrlich, Leute, ey. Manchmal, vor allen Dingen, ist die Zeit für ein Park gleich um. Ich seh dich schon. Ich seh deinen Namen schon. Wieso sind die nirgendwo Fackeln? Macht die auch irgendwo Fackeln hin? Nee. Ich bin jetzt direkt hinter dir. Es wird ja dunkel, aber ich weiß nicht, wo unser Haus ist. Man, nehm das Schwert, Mann. Mann, ihr Hundesöhne. Du atmest mal in das Mikro rein, ne? Ich könnte kotzen, ey. Warte, warte, warte. Ah, den ersten hab ich kaputt. Wie, den ersten hast du kaputt? Ach, guck mal, der Wichser ist hier. Komm her, du Hurensohn. Mann, der scheiß König ist hier. Ich hab kaputt. Droppt der irgendwas Schönes? Nein, nein, was mach ich denn jetzt hier? Boah, nee, was ne Kacke, ey. Ist mir scheiße. Ich trau mich kacke jetzt auf das Schloss. Ja, jetzt kommen die ganzen scheiß Zombies hier, oder was? Sind auch alle runtergefallen. Super, super, super. Warte. Hier ist überall Wasser. Ja, auch in der Falle. Da sind überall Fallen. Ja, ich bin auch schon zweimal wegen so einer scheiß Falle darunter. Ja, ich sterb sofort. Ja, ich auch. Bin ich auch schon. Ja, da ist auch noch ein behindertes Skelett. Ich würd's sagen, wir gehen auch erstmal, äh... Ja, super. Ich ford's mich jetzt eben zu dir. Warte eben. Ich bin im Wasser, ne? Ja, wo ist denn mein Haus? Also unser. Ja, bleib eben da. Ich komm auch zu dir. Ich bin jetzt im Timos Haus. Ja, ich seh dich, ja. Ich komm angeschwommen. Guck mal über der Balkon. Ich will meine Sachen wieder haben. Und ich mach dann auch erstmal einen Cut. Das war ja nicht so die Epic-Sache. Achso, du bist da verreckt? Ja gut, dann hol dir mal deine Sachen. Ja, das ist richtig mies, ne? Deswegen, ich sag ja, wir sind auch gar nicht so gut equipped. Ja, super. Und jetzt hab ich gar nichts dabei, weißt du? Ja, musste ich grad auch so machen. Kannst du ihm helfen? Wart. Renn doch da hin einfach. Dann habt ihr deine Sachen und verpiss dich. Ja, das Problem ist, meine Sachen sind alle unter Wasser. Ja, dann... Was soll ich dir denn dabei helfen? Wenn die unter Wasser sind. Ja gut, Leute. Ich mach jetzt erstmal einen Cut. Wir bedanken uns für Zuschauer, würde ich sagen. Und... Sagt alle mal Tschüss. Tschüss. Schossen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020